meine sehr verehrten damen und herren ich habe das vergnügen sie wie in den ich glaube letzten sieben acht neun zehn jahren der jetzt schon traditionsreichen petersberger gespräche durch den tag zu führen als ich heute morgen hier reinkam war ich gefangen genommen für ein paar minuten muss ich sagen nicht von der schönheit des raumes der ist natürlich auch großartig gestaltet sondern von den bildern weiß nicht ob ihnen das auch so gegangen ist vielleicht vertiefen sie sich in die bilder sie stammen von einem bedeutenden deutschen maler den vielleicht nicht so viele kennen bernd schulze der mich erinnert hat an einen befreundeten maler aus bremen und wie ich gelernt habe ist er einer der vertreter des dadaismus und ich finde diese bilder geben hier eine atmosphäre die mich jedenfalls in eine ganz wunderbare stimmung bringt abgesehen von dem wunderbaren wetter dem wunderbaren raum dieser dieser großartigen versammlung von menschen von denen ich schon ganz viele einige jahre immer wieder hier gesehen habe nun stefan hat schon einige ganz wesentliche linien gezogen und sie werden nicht überrascht sein dass ich wenigstens ein paar persönliche dinge versuche auch zum thema einleiten zu sagen ich selber war mit dem größeren thema der digitalen transformation fast ein viertel jahrhundert wissenschaftlich und auch kommerziell befasst indem ich die vollständige digitalisierung der bild basierten medizin zuletzt in einem frauenhofer institut und in einem börsennotierten unternehmen verfolgt habe nun von anfang an hat uns dabei das thema der ki oder von ki basierten systemen beschäftigt und ich hatte als mathematiker ohne dies zu den fragestellungen der ki frühen kontakt und auch ich darf sagen wirklich tiefe einsichten und ich muss gestehen ich war zunächst äußerst skeptisch und die zweifel hatten viel mit dem zu tun was stefan so ein bisschen angesprochen hat nämlich der frage wie kann man sich entscheidungen in der medizin vielleicht sogar lebensentscheidende entscheidungen anvertrauen die für keinen schritt für schritt in ihrer logik von außen verstehbar oder verfolgbar sind und ich muss gestehen dass sich diese position immerhin bei mir inzwischen radikal verändert hat und ich glaube das geht vielen so man konnte sich fragen wie kommt das dass das diese grundlegende frage von vertrauen von der ich denke dass sie ohnehin noch ein bisschen stiefmütterlich in dem gesamtthema behandelt wird so verändert hat und das mag einerseits daran liegen dass die fragen von vertrauen naturwissenschaftlich und ingenieurwissenschaftlich kaum greifbar sind und wenn ich mich selber ansehe als pilot vertraue ich inzwischen schon lange selbst steuernden systemen eben autopiloten in normal flugsituationen selbstverständlich aber inzwischen auch sehr gerne in fliegerischen extremen situationen und ich denke das hat sehr viel damit zu tun dass eine gewohnheit entsteht und die gewohnheit schafft vertrauen und der andere aspekt ist verlässlichkeit wenn etwas das man gar nicht versteht aber immer verlässlich ist dann entsteht ein blindes vertrauen und ich glaube das gehört mit zu dieser diskussion nun eine andere ein anderer aspekt in der in den fragen über kai und der skepsis gegenüber kai hat sicher mit der frage der menschlichen intelligenz zu tun von der wir eigentlich nichts wissen oder unendlich wenig wissen und über etwas von dem man ganz wenig weiß kann man immer ganz besonders gut und trefflich streiten was auch immer intelligent sein mag nach meiner ansicht gibt es sie jedenfalls in unendlich vielen ausprägungen und dimensionen in der natur selbst in den pflanzen und natürlich erst recht in den tieren von den bäumen die im herbst ihre blätter abwerfen bis zu den zugvögeln und sogar schmetterlingen die zielsicher ihre wintergebiete finden vielleicht würden wir uns alle mit kai sehr viel leichter tun wenn man jedenfalls solange es keine superintelligenz gibt oder gar bewusstsein in technischen systemen möglich ist also solange es eigentlich um kognitive leistungen geht auch davon sprechen wurde und man konnte statt kai im augenblick und für jahrzehnte vielleicht sehr viel besser noch sprechen von kognitive kation und so wird es wahrscheinlich in den nächsten jahren und jahrzehnten sein wo vergleichbar mit der natur myriaden von kognitive kations unterschiedlicher gerade von tiefe und reichweite in systemen und services eingeführt werden eigentlich ist das schon jetzt so man muss sich nur umschauen das ist jedenfalls das was sich gerade exponentiell ausbreitet und praktisch alle objekte und services werden in zukunft mehr oder weniger potente kognitive komponenten haben und das alleine ist schon genügend revolutionär und wirtschaftlich disruptiv und so könnte ich jetzt loslegen und eigentlich selber versuchen zu dem thema mich auszubreiten sowie zettel sowie zettel in shakespeare sommernachtstraum ich weiß nicht ob sie den sommernachtstraum mal gesehen haben zettel ist also einer von den schauspielern und wenn es dann darum geht die rollen zu verteilen schreit zettel immer lass mich den löwen auch noch spielen nicht also lieber stefan das wäre eigentlich das gewesen was ich hätte sagen können als wir über die faculty der zwölften petersberger gespräche gesprochen haben die ja so toll ist dass zettel sich jetzt doch zurückzieht und ganz schnell zu unserem ersten redner überleiten will